Der Palave war kein Zeitpunkt, denn es fällt jetzt gleich das 5 zu 0! Und wieder ist es Philipp Kostic. In der Mitte der Linie Mario Gómez, Mario Gómez, es läuft in der Mitte, es sieht Ribery und es hilft Ribery. Remarka, Remarka, Remarka! Fumino is Salah. Oh! And it was Ben B who came back as well. He's in the defenders. Salah, now support arriving. Salah might not need it. Fumino there as well. It's called a pass. It's good. The pass, that's the February 1. I think it was because... Oh, I'm with Salah, that pass the voltage. Oh! 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 Hertha BSC for 2-0 against Leverkusen. And Leverkusen is on and on in the pull position, in the direction of the Champions League in Berlin. Now there's a conversation going on between Henderson and Balotelli as to who will take the penalty. And it looks to me as if Balotelli has taken the ball away from Jordan Henderson and said, I'm taking it. He does have a splendid record from the penalty spot. Henderson is still remonstrating with Balotelli. And I'm not convinced that Liverpool are happy with Balotelli taking this penalty. They will be if he scores it. It's Balotelli! It's 1-0 Liverpool! And he looks across as if to say, well of course I'm going to score! And he has! Leymar with the curve. Ooh! It's over the wrestling match in there! And the pouch is given! The honours from the spot. He's already got three this season. Leymar might have wanted it. But it is Cavani. He went to his right, didn't he, in the Champions League. Oh! Another one has gone away from him! He's saying he went over the line. Kipper got a hand to it. Off the woodwork. This time, a long time. And he does get his first goal for Real Madrid. And now it is six to Real Madrid. It's great to see Alonso get his goal. He's getting the first goal. The goal of the FC Barcelona tracks! Belarus is the next match. The next match. In between three minutes Belarus is the match. 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 Was ist das eine offside-decision? Was ist das eine Chance? Und der Tuch von Jesse Lingard hier, um das Ball zu töten, als es kommt in. Es ist in Harry Kane. Ist er aufside? Es sieht aus wie er hier ist. Das Biss geht unter die Barsche, gut, eine gute Sempe bei Marcel. Penalty! Penalty für Fulham in der 81st Minute. Wer wird es? Kamara hat es geführt. Fulham hat das erste Mal bei Old Trafford gewonnen. Mitrovic hat es. Kamara hat es gesagt, ich habe es gefört, Der einzige Penalte wir haben dieses Jahr, ich habe es gewonnen. Really? Mitrovic? Das ist super für Mitrovic. Es ist zu play. Kann Kamara geben Fulham die Leid? Nein, es kann nicht! Es ist eine unglaubliche Finale hier in der Cottage. Wir sind mit Mitrovic! Absolutely sensational! Surely ein Stoppage-Dame winner für Fulham! Ronaldinho, Ronaldinho, und der 3e Butte! Exceptionnel Ronaldinho, aber ich denke, dass der Butte inscrito war, von Jérôme Leroy. Aber welche Aktion von Ronaldinho! Auteur, nein, nicht ein Wettbewerb, weil dieser Butte wird zu Leroy. Aber ein gestes Exceptionnel, Ronaldinho, ein Raid solitär. Und das ist ein Wettbewerb. Der Bewerb war mit Mitrovic. Er ist durch hier! Cristiano Ronaldo, verabschiedet! Ein wunderbarer Bewerb! Das war es so! Das war's! Das ist ein Foyal! Das ist ein Foyal! Das ist ein Foyal! Der ist ein bisschen ein Kuss. Wir haben einen Foyal, aber es muss ein Foyal machen. Das ist ein Foyal! Das ist ein Foyal! Ich bin ein Foyal, weil ich es gut gesehen habe. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Foyal hält den Ball. Und er hat den Foyal gemacht. Ja, schaut das! Diese Leute sind der Foyal! Schermain Defoe, mit dem Schabanko! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? 70-2nd Minute. Tie game. Oberto hat einen Kracken. Und wie ist das? 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 Der war dieards? Das ist ein Foyal. Wow.